Es ist Zeit für World on the Ground Wrestling. Ich will da Zanoni vielleicht seinen Klumpen hier herlegen. Oder der Referie trägt sie hin. Der ist so lieb und nett. Der Referie ist so lieb und nett. Nein, hier gibt es keine Amoristätten. Gwinzi, mach deinen Job. Gwinzi, mach deinen Job. Lass dich nicht von einem italienischen Eisverkäufer abblinken. Gwinzi, du bringst dich auch, Junge. Gwinzi! Gwinzi, du bist ja als Wrestler gebucht, nicht als Referinär. Andersrum natürlich, Entschuldigung. So, die anderen zwei sind auch noch trauer. Mach sie nackig. Gwinzi, die Rose ist ein bisschen verliebt. Ja, das merkt man. Ich mein, das ist eine Einladung, die sollten wir nicht ablehnen. Was weiß man, wann ich wieder komme. Sie ist eine herrliche Dame. Gwinzi! Brauchst du ein Mikro? Entschuldigung. Also es ist bloß Konzentration, oder wie das heißt. Okay. Sind alle bereit? Ihr wisst schon, dass ihr Tech Team seid. Genau. Also ein Tech Team, das heißt, es sind immer nur jeweils... Warte, da bist du. Ja, jetzt rede ich. Es ist immer nur ein Tag, den Partner jeweils auf der Kampffläche. Der Rest hält sich brav zurück. Wenn ihr wechseln wollt, ein Tag, ein Händeklatschen miteinander. Zanomi versteht es nicht. Ja, ist mir wurscht. Der wird das schon kapieren. Die Zanomi schnupft. Alter, glaubst du, wir sind Deppert? Ist das eine Fangfrage? Ich bin sicher nicht auf der Sonne. Ich trau mich rein. Ich denke, dir rede ich auch rein. Ich rede wegen Zanomi. Ja, so geht's dir auf der Sonne. Ich muss das auf der Sonne rein. Ah, die Mädels fangen an. Oh-oh. Rieslock. Noch ein Rieslock. Und wieder ein Reversal von Rieslock. Eine Rolle. Noch eine Rolle. Und eine Befreiung aus dem Rieslock. Oh-oh, jetzt geht's los. Und weil wir Frühling haben, ist es eine Frühlingsrolle. Und wieder ein Rieslock. Hoppala. Das haben wir schon in fünften Rieslock oder sechsten. Ich weiß es nicht. Nein! Das ist aber nicht. Das ist nicht. Das ist aber ein unerlaubter Gegenstand. Unerlaubter Gegenstand. Gefährliche Waffen sind verboten. Beim Flieger muss man das auch geben. Nein! Nein! Ein Armbar. Nein! 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 Nee, characters ist offen der Schuhverboten. Ein schöner Roll. Aber wir haben kein Cover! Ja, das macht ja auch ganz so genau. Einfach hin! I dritt des jetzt sehe ich unter. Wo sind die da? Kein Pikachu diesmal. Na ja, aber nicht vor uns. Ja, anti mach! Ah, że naszą n cetera! Wir tun die Wiernung kamer! Hallo! Hallo! Wer Anatol? Rosi! Rosi! Das ging fast in das Hosi! So, ich konnte es sagen! Ja, ein Bodyslamm von der Rosi! Ihr seid so Dekst, ich bin... Hallo? Okay, das hat mich etwas verblüfft. Ein Paloena Elbertron! Ich bin wie ein Sörter verblüfft, wenn ihr das Wort mir verblüfft. Ja, ich bin... Dekst! 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 Also, wenn der Dädt ein, ein에, ein Gentleman wir wär wär ah, da gewegt, dass er grad auf wird. Dekst! Dekst! Na, Bodyslamm! Zanone trat auf! Pri ornaments! Wollt, der Zanone ist nennt für Spässe da. Ey, wir mögen ihm mit dem Fuß, das ist auch trotzdem mit gingen, aua! Wollt er was... honne dannn! Er geht auch mit dem Hosi und macht gern einen Sukz, der sich gut fertig! Das heisst doch, dass sie zu süß gesagt haben. Hey, Faustschwege sind verboten! Referie! Wenn sie losgenäht von den Mannen ablenkenden Männern sind. Ein schöner Dropkick. Ei, kein Exzente! Oh, ein Job für Sie. Ei, kein Pfiff, Pusy! Ei, kein Pfiff, Pusy! Nämär die Brüge, Pusy! Pusy, Pusy, Pusy! Ei, kein Pfiff, Pusy! Ei, kein Pfiff, Pusy! Suplex-Ansatz! Ja, schön! Snap-Suplex! Die schönen Haare von der Rosi! Das sind eh nicht ihre! Was willst du von mir? Okay! Das sagt dem Publikum, Sir! Nein, das sagt er nicht, das sag ich! Tazanoni, er sucht euch oder befiehlt euch, wenn ihr nicht die Fresse haltet, dann verlässt er dieses Lokal! Also ihr soll frei gestein! Dann geh halt! Ich glaub, das ist eurem Zuverstimmung! Ey, ey, ey! Kommt da! Kommt da! Kommt da! Ey, zwei, drei, vier! Rosi! Deine Haare! Rosi! Deine Haare! Die Wurst! Drei! Vier! Snap-Man! Schöner Elektro! Schöner Elektro! Kästchen-Capelle rasiert! Fürs! Auf! Ein kombinierter Amba! Ja! Oh, man! Ja! Hey! 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 Du musst in die Ecke, sie muss taggen! Ja! Ja! Oh! Oh! Mit deinem Short-Knowslein! Oh! 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 No! Hey, er�, Ecke! Help! Pui! No jockey! Wir müssen anfangen! Nicht lachen, nicht scherzen oder was! Can't joke. Kein Scherz! Oh! Hey, aber Ankrautzer sind auch vertopten. Hä? Ankrautzer sind genauso vertopten. Nein, sie wollen verhandeln, dass die Brutalität nicht ist. Pardon. Oh, warte an sich. Ah, finish. Finish von Zonoli. Oh oh. Balltrauber. Puh. Mein Knack, DT2. Der Cover gibt's gar nicht. Jocker-Cover. Zwei. 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 Drei. Vier. Aus den Haaren ziehen ist es kaputt, nachdem sie die Falle ziehen. Schöne Knuslein. Also wenn sie das nicht anzuhören los, dann kann der Katz nicht verperrieren. Bitte leichter sein. Zonoli verlangt Ruhe. Er kann sie nicht konzentrieren. O7, 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 O7. Röp, du sollst dem Publikum sagen, dass es Ruhe gibt. Lört, geht's alleine. Erst bin sie Wasser mal hoch, ja. Ein Tag. Ein Tag hier. Und der Zombie wird bearbeitet. Und auch ein Tag, die... Jetzt kommt die Beratin mit den Polz. Mit den Polz hat sie zurückgeschmissen. Nein! Manteflip! Ein schöner Mann, Tuckuck! Oh, oh, da rupft einer runter, der rollt einer runter so. Zwei! Zwei, hab ich angezählt! Zwei! 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 Zwei, hallo? Was macht sich jetzt da? Hey, hallo! Zwei! 松 marizi! Zwei! Zwei! Zehn Minuten Kampfzeit! Was? Zwei! 急 put! One leg posten! Two leg posten! Keine Aufgabe da hat. Ist ja auch noch ein creeper Griff, da hab ich auch mit? Wir spricht des drängers greifen an! ,, Aber wir nicht. Aber der Chapelle... Oh oh, siehst du ja. Du musst den Griff richtig aussetzen, dann kam es nicht so leicht aus. Ah, da soll noch die Mühe nicht geteckt werden. Wer war einer? Du sollst leicht erhitzt sein, meint das Duplikum. Am Chapelle auffüllen. Juhu. Macht schon wieder keinen Tee. Was ist denn das für ein Gentleman? Ja genau... Joö... Das ist ein Richtig. Das heißt Zusammenarbeiten! Ja, die Chapelle ist oft. Ja, das passt schon richtig. Das war Scheiße. Das hat keiner gehört. Das muss lauter schreien. Oh, Schöner... Das Astor wird auf den Schultergelenken, oh schön! Wie hörst du von der Ciabella? Ja, wie? Jetzt gibt es sicher ein paar Männer, die das auch kennen, oh oh oh! Ciabella! Ciabella! Ja Zaloni, was ist los mit dir? Das ist ein Backeling! Ja, wie sieht's, schafft's ja sehr leise. Das ist sehr gut. Vielleicht war der Zaloni so geschwächt, dass er eine Pause gebraucht wird. Hey, bitte Noli! Oh, ein Barone! Ich wollte sagen, ein führungser Ansatz, aber das ist ein Dominic Drop. Hey, Slipperholt! Oje! Angreizer Referee! Gwenz! 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 Ich meine, ich weiß, dass die Rose ist hier, sissert, aber... Gwenz, was gibt's noch? Gwenz! 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 Eins! Die Wechselt! Wo sind die Zanoni-Fans? Zanoni! 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 Keine Gnade! Das ist eine andere Karte! Der Nächste der einen besonderer Posten ansetzt, aber ein bisschen verkehrt holen wird. Er wieschelt, dass Posten und Skorpion tät lacht. E, Rech! Das ist von Pauni! Das ist ein ehrliches Gefühl! Das ist ein ehrliches Gefühl! Pauni ist ein ehrliches Gefühl. Ehh Herr Reffey! Reffey! Augen im Gesicht! Ähh Finger im Arsch! Stepp mehr! Und Slipper holt Ansatz! Slipper! Ehh noch einmal! Finger im Arsch! Reffey! Und was ist da los? Das ist ja voll Unverheer! Schau genau! Ehh das ist illegal! Ehh das ist illegal! Ehh das ist illegal! Ehh dieaaah Ehh dieaaah Ehh dieaaah Was ist da? Los die zwanglach kämpfen! Ehh dieaaah Einmal! Einmal ist das Arm gefallen! Ein zweites Mal! Zwei Mal, beim dritten Mal wär's vorbei! Nein! Nein, 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 er ist noch da. Zwei Mal, zwei! Nur zwei Mal ist der Arm gefallen. Kannst du dich mal darum kümmern, den Mädelkampf, den wollen wir nicht sehen, glaube ich. Wie wäre ein Mädelkampf sein? Nein! 15 Minuten Kampfzeit! Oh, oh, ein schöner Stretch! Whatever das... Unkombinierter... Strecker! Also, bist du so klug wie ich, dann passt's? Ich hab's ja ein wenigstens auf Englisch gesagt, ich bin ein bisschen klugerer. Keine Aufgabe! Keine Aufgabe! Achso, du meinst der Arm, Entschuldigung, keine Aufgabe! Ja! Wieso entwechseln? Der kann entwechseln seine Hetzern! Ey, bist du gerade Spencer, oder was? Ja. Ja! Noch ein Schlag auf die Bowlingkulige! Auf die Bowlingkulige! Das war auch ein Schlag auf zwei Bowlingkulige! Wird auch ein zwei, wenn ich... Wird auch ein zwei, wenn ich... Ja, du musst halt zwei Mann hinschlauen! Das tut nicht weh! Hey! Super! Platz wird auf! Oh! Eins! Zwei! Oh! Bei sieben ist... Oh! nh Мих- комmer- der Geschunft und gewechselt. Chapelea! Chapelea, nicht Chapelea! 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 Also ein Chapelea ist das. Chapelea! 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 Es heißt Chapelea! Chapelea! Aber der Dett kommt zurück mit einem Vorarm und am Vorarm. Jetzt können wir noch ein paar vorhanden. Uh! Jetzt ist es vorbei! Oh, oh, eine Powerbomb! Nein! Oh, wie viele schöne Einzelseer und schon wieder laufen wir nach unten! Was ist jetzt los? Ja, los! Hey! Hey, ihr könnts schauen! Ihr seid ein Paar, sozusagen! Das ist ein Paar, sozusagen! Hey! Chapelea! Wow! Wow! And cross body ins Publikum! Yeah! Yeah! Chapelea! 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 Ja, Höfe! Bis 20 geht's! Ja, Höfe! Bis 20 geht's! Aber sie sind wieder da! Und jetzt muss sie büßen, so wie es ausschaut! Oh, oh! Ein Todeslein! Ja, Chapelea! Da muss viel einstecken, Leute! Dann ohne, du könntest ruhig deinem Partner einem bissl helfen! Nein, das passt schon! Rosi! 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 menichst tors! ey! was ist da? Krozi! Rosi! 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 1! 2! 3! 6! 5! E Willhme Nehmers! 5! 6! Da sind 2くlos idolingen! Wer wird jetzt in der Hand gehört? Neun Sehen aus Siege dieses Kampfes Das Deckteam von Rosi und Dave Das 20 Minuten Kampfzeit Das herrliche Deckteam Sieger des Kampfes Nein Rosi und Dave Ich steh noch nicht Chantellen Geist Chantellen Ich steh nicht Jetzt bist Spät tightening Jetzt 09 Das ist deine Schuld Zannращ Tsch Du bist schuld daran. Ja, macht euch das jetzt hier aus. Ja genau, gebt euch die Hand. Genau, so schaut's aus. Ja, Zermone ist doch ein echter Italiener. indriche, mitz, 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 mitz! Das ist doch am besten, das ist doch ein Gefe! Green, geck, 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 geck! Green! 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 Green, geck, geck, geck! Green, geck, 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 geck! Ein wirklicher Publikum von Christian! Na ja, ist man das wirklich, wenn man so steht? Ein fantastischer! Christian! 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 Es ist Zeit für World on the Ground Wrestling.